Liebe Studierende, herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Videoserie zum Staatsorganisationsrecht. Heute befassen wir uns mit der Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen auf Bund und Länder und den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für ihre Wahrnehmung. Von Bedeutung ist dies für die staatsorganisationsrechtliche und mitunter auch für die verwaltungsrechtliche Klausur. Auch für die Grundrechtsprüfung ist die Gesetzgebungshoheit wichtig, denn wenn das grundrechtsbeschränkende Gesetz die Kompetenzverteilung missachtet, ist es formell nicht verfassungsgemäß und das Grundrecht damit verletzt. Für alle weiteren Rechtsakte, die auf dem Gesetz beruhen, gilt das ebenfalls. Mitunter ist die Zuweisung einer Gesetzgebungskompetenz eine Vorfrage für das Bestehen einer anderen Kompetenz. Ein Beispiel. Wo der Bund kompetenzgemäß Gesetze erlässt, sind grundsätzlich die Länder nach Artikel 83 folgende Grundgesetz dafür zuständig, sie auszuführen. Der Bund kann Ihnen, den Ländern, im Rahmen des Artikel 87 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz dieses Recht aber teilweise wieder entziehen. Voraussetzung ist wiederum, dass ihm für die Sachmaterie die Gesetzgebungskompetenz zusteht. Oder nehmen Sie Artikel 32 Absatz 3 Grundgesetz. Ein Land kann einen völkerrechtlichen Vertrag allenfalls dann schließen, wenn es für seinen Gegenstand auch die Gesetzgebungshoheit hat. Schauen wir uns jetzt das System der Zuständigkeiten genauer an. Die Grundregel ist Artikel 70 Absatz 1 Grundgesetz. Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. Es wird damit eine Zuständigkeitsvermutung zugunsten der Länder ausgesprochen. Der Bund ist also nur dann zuständig, wenn ihm das Grundgesetz eine Materie zur Gesetzgebung positiv zuweist. Die wirkliche Bedeutung der Gesetzgebung des Bundes im Verhältnis zu denjenigen der Länder spiegelt die Zuständigkeitsvermutung nicht wider. Tatsächlich dominiert der Bund bei Weitem. Das entbindet Sie aber nicht von der Notwendigkeit, positiv festzustellen, ob und unter welchen Voraussetzungen der Bund für einen Gegenstand gesetzgebungsbefugt ist. Machen Sie sich daher bitte mit dem System der Kompetenztitel und am besten auch mit den Titeln selbst vertraut und planen Sie für die Bestimmung des einschlägigen Titels ausreichend Klausurzeit ein. Richtig ist, dass die meisten Materien, für die der Bund zuständig ist, in Artikel 73 und 74 Grundgesetz aufgelistet sind. Aber andere, auch für Klausuren wichtige Kompetenzzuweisungen, finden sich oft an ganz anderer Stelle. Ein Beispiel ist Artikel 21 Absatz 5 Grundgesetz. Das nähere regeln Bundesgesetze. Durch das Wort Bundesgesetz wird klargestellt, dass ausschließlich der Bund diese Angelegenheiten, Angelegenheiten der politischen Parteien, regeln darf. Ähnliche Formulierungen finden Sie auch an anderen Stellen des Grundgesetzes. Wenn Sie belegen müssen, dass die Länder die ausschließliche Gesetzgebungshoheit für eine Materie besitzen, müssen Sie belegen, dass nirgendwo im Grundgesetz eine Zuständigkeit des Bundes dafür begründet wird. Das ist, wenn man mit Aufbau und Inhalt des Grundgesetzes einigermaßen vertraut ist, weniger schwer, als es klingt. Aber dieses Mindestmaß an Vertrautheit sollten Sie sich doch aneignen. Aber der Reihe nach. Das Grundgesetz weist nicht immer dem Bund oder den Ländern eine Kompetenz zur ausschließlichen Wahrnehmung zu, sondern es kennt noch eine dritte Kategorie. Wissen Sie welche? Falls nicht, hilft Ihnen Artikel 70 Absatz 2 Grundgesetz. Die dritte Kategorie neben ausschließlicher Kompetenz von Bund oder Ländern ist die konkurrierende Gesetzgebung. Wird unter auch konkurrierende Gesetzgebung des Bundes genannt. Die meisten und auch wichtigsten Gesetzgebungsmaterien fallen in diese Kategorie. Hier können, je nachdem, ob bestimmte Voraussetzungen vorliegen, der Bund zuständig sein oder eben auch die Länder. Der Bund hat aber, wie wir sogleich sehen werden, Vorrang. Wenn Sie eine Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes bestimmen wollen, müssen Sie sich also immer sogleich auch mit der Frage auseinandersetzen, in welche Sparte der jeweilige Kompetenztitel fällt. Ausschließliche oder konkurrierende Gesetzgebung. Was ausschließliche Gesetzgebung des Bundes heißt, bestimmt Artikel 71 Grundgesetz. Der Bund ist hier, wie der Begriff schon vermuten lässt, allein zuständig. Er kann allerdings den Ländern davon etwas abgeben und sie qua Bundesgesetz zur Gesetzgebung ermächtigen. Dies kommt in Praxis wie Klausur allerdings selten vor. Wenn die ausschließliche Gesetzgebung des Bundes in der Klausur Probleme bereitet, liegt das nicht an der Kategorie selbst, die ja einen klaren Zuschnitt hat, sondern daran, dass ihre Materien über das Grundgesetz verstreut sind. Hinzu kommen seltenere, ungeschriebene Kompetenzen, die vor allem bei Artikel 71 eine Rolle spielen. Darauf komme ich nachher noch zurück. Die meisten Kompetenztitel im Bereich des Artikel 71 stehen immerhin in Artikel 73 Grundgesetz, dem auch ihr erster Blick gelten sollte und der eine Vielzahl von Materien auflistet. Für Luftverkehr Nummer 6, das Urheberrecht Nummer 9 oder das Waffenrecht Nummer 12 sind die Länder schlechterdings unzuständig. Aber für das Recht der politischen Parteien nach Artikel 21 Absatz 5 Grundgesetz eben auch. Und dass es Landtagswahlen gibt und Parteien, die nur dort antreten und nur dafür finanziert werden, ändert daran nichts. Wenn ein Land also auf die Idee kommt, den regionalen Parteien auf Basis eines Gesetzes eine Extrafinanzierung zukommen zu lassen, verletzt das Gesetz Artikel 71 in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 5 Grundgesetz und ist somit verfassungswidrig. Ist der Bund nicht ausschließlich zuständig? Kann der Kraft konkurrierender Zuständigkeit gesetzgebungsbefugt sein? In einem Punkt ist die konkurrierende Zuständigkeit einfacher zu handhaben als die ausschließliche. Alle unter sie fallenden Materien stehen schön übersichtlich in einer Norm, nämlich Artikel 74 Grundgesetz. Die einzige Ausnahme Artikel 105 Absatz 2 Grundgesetz spielt für die normale Staatsexamensklausur keine Rolle, weswegen ich darauf hier nicht eingehe. Wenn Sie also wissen wollen, ob der Bund die Gesetzgebungszuständigkeit, sagen wir, für den Infektionsschutz hat, dann liefert Ihnen Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 Grundgesetz die Antwort. Auch die wichtigsten Examensmaterien wie bürgerliches Recht und Strafrecht sind Gegenstände konkurrierender Gesetzgebung. Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz. Von den wichtigsten Gegenständen in Artikel 74 Absatz 1 Grundgesetz mit seinen Nummern 1 bis 33 wird von Ihnen erwartet, dass Sie sie auslegen können. Das betrifft vor allem die Nummern 1, 11, 12, 19, 20, 22, 25 und 29. Beachten Sie vor allem Nummer 11, Recht der Wirtschaft, die in gewissem Umfang als Auffangtatbestand fungiert. Der Bund hat bei Artikel 72 Grundgesetz grundsätzlich Vorfahrt, wie Sie dessen Absatz 1 entnehmen können. Die Länder haben die Befugnis zur Gesetzgebung nur, so weit und solange der Bund von seiner Befugnis nicht Gebrauch gemacht hat. Es besteht oder entsteht, also eine Sperrwirkung der bundesgesetzlichen Regelung. Beachten Sie, da steht so weit und solange. Es gibt also eine zeitliche Komponente und eine gegenstandsbezogene. Macht der Bund Gebrauch, aber nicht vollständig, können die Länder regeln, was noch verbleibt. Das ist die so weit Komponente. Es kommt darauf an, ob der Bund eine vollständige oder partielle Regelung beabsichtigt hat. Eine minimale oder versehentliche Lücke reicht nicht aus für die Zuständigkeit der Länder. Sie gilt im Rahmen dieses so weit auch nur, solange der Bund die Materie nicht geregelt hat. Solange der Bund nicht tätig geworden ist, dürfen die Länder umfassend regeln. Sobald der Bund aber tätig wird, entfällt die Gesetzgebungshoheit der Länder damit automatisch. Ich muss anfügen grundsätzlich, denn über ein paar Ausnahmen müssen wir später noch sprechen. Sobald der Bund seinen Gesetz abschafft, lebt die Kompetenz der Länder wieder auf. Merken Sie sich bitte, dass die Gesetzgebungskompetenz der Länder bei der konkurrierenden Kompetenz aus Artikel 72 Grundgesetz folgt, nicht aus Artikel 70 Grundgesetz. Aber Achtung, wo Sie in Artikel 74 irgendwo lesen, mit Ausnahme von oder ohne, sind die folgenden Gegenstände vom Geltungsbereich der konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit ausgenommen und fallen dann zumeist in den Anwendungsbereich des Artikel 70 Grundgesetz. Gesetze der Länder über Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung sind, soweit und solange der Bund eine Regelung trifft, schon nach Artikel 72 Absatz 1 Grundgesetz verfassungswidrig. Auch hier brauchen Sie Artikel 31 meines Erachtens nicht zu bemühen. Das wird im Schrifttum teils anders gesehen. Vertretbar ist es also für Sie. Was die konkurrierende Gesetzgebung schwieriger macht als die ausschließliche des Bundes sind Artikel 72 Absatz 2 und 3. Bitte lesen Sie beide Absätze jetzt noch einmal. Daraus ergeben sich drei Typen der konkurrierenden Gesetzgebung. Erstens die Standardkategorie, für die nichts weiter gilt als die soweit und solange Regel des Artikel 72 Absatz 1 Grundgesetz. Zweitens die konkurrierende Gesetzgebung unter der Voraussetzung der Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen Regelung. Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz. In diesen Fällen reicht Artikel 72 Absatz 1 Grundgesetz nicht aus, um den Bund zu berechtigen. Er, der Bund, muss auch darlegen, warum gerade eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich ist. Für die gleichwertigen Lebensverhältnisse, für die Rechtseinheit oder die Wirtschaftseinheit. Die Materien, für die das gilt, sind in Artikel 72 Absatz 2 mit ihren Nummern aus Artikel 74 Absatz 1 aufgeführt. Auch die wichtigen Nummern 11 und 22 sind darunter. Vergessen Sie nicht, die Anwendbarkeit des Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz zu prüfen. Und wenn er anwendbar ist, vergessen Sie die Subsumption nicht. Dazu müssen Sie die Auslegung der drei Gründe, aus denen eine bundeseinheitliche Regelung erforderlich sein kann, kennen. Am besten merken Sie sich, wie das Bundesverfassungsgericht die Begriffe definiert. Zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist das Gesetz als Bundesgesetz erforderlich, wenn sich die Lebensverhältnisse in den Ländern in erheblicher das bundesstaatliche Sozialgefüge beeinträchtigender Weise auseinanderentwickelt haben oder sich solches konkret abzeichnet. Zur Wahrung der Rechtseinheit ist sie erforderlich bei einer Rechtszersplitterung, die im Interesse des Bundes oder der Länder nicht hinnehmbar ist. Und zur Wahrung der Wirtschaftseinheit, wenn sie der Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Wirtschaftsraums Bundesrepublik Deutschland dient und landesrechtliche Regelungen oder ihr Fehlen zu erheblichen Nachteilen für die Gesamtwirtschaft führen. Der Klausursachverhalt sollte ausreichende Informationen für eine Subsumption bereithalten. Da die Erforderlichkeit auch aus mehr als einem Grund bestehen kann, müssen sie gegebenenfalls alle drei ansprechen. Beim dritten Typus der konkurrierenden Gesetzgebung, Artikel 72 Absatz 3 Grundgesetz, braucht der Bund die Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen Regelung nicht nachzuweisen. Aber die Länder können unter den dort genannten Voraussetzungen vom Bundesgesetz abweichen. Artikel 72 Absatz 1 Grundgesetz wird dahingehend modifiziert, dass das jeweils spätere Gesetz vorgeht, wie in Artikel 72 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz steht. Diese sonderbare Abweichungskompetenz gilt nur für die in Artikel 72 Absatz 3 Nummer 1 bis 7 Grundgesetz genannten Materien. Ihre rechts- und klausurpraktische Bedeutung hält sich in Grenzen. Ein Wort am Schluss noch zu ungeschriebenen Zuständigkeiten. Sie kommen dann und wanden in Prüfungen vor. Ungeschriebene Zuständigkeiten sind keine eigene Kategorie neben denen der Artikel 70 bis 72 Grundgesetz, sondern es handelt sich um unbenannte Kompetenztitel, die in die Kategorien der Artikel 71 und 72 Grundgesetz eingeordnet werden können. Hier wird also eine Zuständigkeit des Bundes begründet, obwohl das Grundgesetz sie ihm nicht eindeutig zuweist. Auch dann greift die Ausnahme von der Grundregel des Artikel 70 Absatz 1 Halbsatz 1 Grundgesetz ein. Die erste ungeschriebene Zuständigkeit ist diejenige Kraft Natur der Sache. Sie kann denklogisch nur eine ausschließliche des Bundes sein. Denn notwendig ist nach der Definition des Bundesverfassungsgerichts, dass ein Rechtsgebiet seiner Natur nach als eigenste den partikularen Gesetzgebungszuständigkeiten a priori entrückte Angelegenheit zwingend nur vom Bund geregelt werden kann. Beispiele sind Nationalfeiertage oder Staatssymbole, soweit das Grundgesetz dazu nichts ausführt. Bei der wichtigeren Kompetenzkraft Sachzusammenhangs kann eine dem Bund ausdrücklich zugewiesene Materie vernünftigerweise nicht geregelt werden, ohne dass zugleich eine nicht ausdrücklich zugewiesene, andere, also benachbarte Materie zumindest punktuell mit geregelt wird. Ein Beispiel. Der Bund ist nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz für das Strafrecht konkurrierend zuständig, aber er regelt die Beratungspflicht vor einem möglichen Schwangerschaftsabbruch, der den Straftatbestand des § 218 StGB erfüllen würde, mit. Die dritte, davon nicht immer klar zu unterscheidende Form ist die Annexkompetenz. Im Gegensatz zur Kompetenzkraft Sachzusammenhangs weist sie, wie gesagt wird, nicht in die Breite, sondern in die Tiefe. Ein Beispiel ist die Gefahrenabwehr durch die Bundespolizei in Eisenbahnen des Bundes, für die der Bund nach Artikel 73 Absatz 1 Nummer 6a zuständig ist. Bitte treiben Sie keinen großen Aufwand, um darzulegen, ob die Regelung um die Breite oder in die Tiefe geht. Entscheidend ist, dass und wie sich eine ungeschriebene Zuständigkeit des Bundes überhaupt begründen lässt. Wir wollen die Kompetenzregelungen anhand von ein paar einfachen Fällen üben. Fall 1. Das Berliner Straßengesetz erklärt das Abstellen von Fahrzeugen im Straßenraum zur gebührenpflichtigen Sondernutzung. Gemäß § 12 der Straßenverkehrsordnung ist Parken erlaubt, wenn nicht ein Verbot besteht. Die Straßenverkehrsordnung ist eine auf dem Straßenverkehrsgesetz beruhende Rechtsverordnung des Bundes. Frage. Ist die Berliner Regelung verfassungsgemäß? Antwort A. Das Straßenverkehrsgesetz, das zum Erlass der Straßenverkehrsordnung ermächtigt, beruht auf einer konkurrierenden Kompetenz des Bundes nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 22 Grundgesetz. Zudem sind unterschiedliche Regelungen für den Straßenverkehr in Deutschland rechtlich nicht hinnehmbar. Der Bund ist daher rechtsetzungsbefugt. Das Berliner Gesetz verletzt Artikel 72 Absatz 1 Grundgesetz. Antwort B. Berlin durfte Regelungen erlassen, da die Rechtseinheit keine bundeseinheitliche Regelung gebietet. Wenn Parken im Ergebnis in Berlin gebührenpflichtig ist, entsteht für Autofahrer aus anderen Ländern keine verwirrende Situation. Antwort C. Berlin durfte die Angelegenheit regeln, da Artikel 72 Grundgesetz für Gesetze, aber nicht für Verordnungskompetenzen gilt. Richtig ist A. Mit guter Begründung ließe sich vielleicht noch B vertreten. Das Tätigwerden des Bundes im Bereich des Artikel 74 Absatz 1 Nummer 22 Grundgesetz umfasst auch die gesetzliche Ermächtigung zum Erlass einer untergesetzlichen Norm, also einer Verordnung. Das entspricht zudem dem Rechtsgedanken des Artikel 31 Grundgesetz. Fall 2. Das Land L. möchte für sein Hoheitsgebiet ein neues, zeitgemäßes, digitales Übergabesurrogat neben den Paragrafen 929 Folgen der BGB regeln. Ist das möglich? Antwort A. Ja, weil das bürgerliche Recht nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz eine Materie der konkurrierenden Gesetzgebung ist und die Länder daher die bundesrechtlichen Regelungen jederzeit modifizieren können. Antwort B. Ja, weil im BGB dieses Übergabesurrogat nicht enthalten ist. Soweit und solange dies nicht vom Bund geregelt wird, darf das Land es machen. Antwort C. Nein, weil das BGB in den Paragrafen 929 Folgen der BGB die Übergabesurrogate abschließend regelt. Raum für landesspezifische Sonderregelungen besteht nicht. Wie Sie hoffentlich richtig gesehen haben, ist C. Die richtige Antwort. Der Bundesgesetzgeber hat das Milliardsachenrecht abschließend geregelt. Es besteht kein Raum für eine landesrechtliche Erweiterung. Fall 3. Die aus dem Süden Deutschlands stammende Bundeskanzlerin S. hält die langen Öffnungszeiten der Supermärkte in Berlin für unzumutbar. Der Ladenschluss solle bundeseinheitlich auf 19 Uhr festgelegt werden. Darf der Bund das per Gesetz so regeln? Antwort A. Ja. Nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz steht dem Bund die konkurrierende Gesetzgebung für das Recht der Wirtschaft zu. Landesgesetze, die andere Öffnungszeiten vorgesehen haben, werden unwirksam. Antwort B. Nein, weil Ladenschluss nicht zum Recht der Wirtschaft im Sinne des Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 Grundgesetz gehört. Und Antwort C. Nein, weil eine bundeseinheitliche Regelung aus keinem der in Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz genannten Gründe erforderlich ist. Und schließlich Antwort D. Keine der oben genannten Antworten ist richtig. Aber Antwort D ist korrekt. Die Antwort ist zugegebenermaßen ziemlich einfach, wenn man Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 Grundgesetz vollständig liest. Zwar gehört der Ladenschluss zum Recht der Wirtschaft, er ist aber von der Anwendung des Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 und damit auch des Artikel 72 Grundgesetz ausgenommen. Es gilt somit die Grundregel des Artikel 70 Absatz 1 Absatz 1 Grundgesetz. Die Länder sind ausschließlich zuständig. Das ist übrigens erst seit 15 Jahren so. Wenn ein Land zum Ladenschlussgesetz nichts regelt, bleibt nach Artikel 125 Absatz 1 Grundgesetz die ehemalige bundesgesetzliche Regelung in Kraft. Ich hoffe, dass Ihnen diese Einführung in das Thema der Gesetzgebungszuständigkeiten die Orientierung etwas erleichtert hat. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.